Hallo, wie schmeckt es dir? So schön kauen, ne? So schön kauen, ne? Alle meine lieben, ja, willst du einmal für den Johannes? Ja, guck mal, mir geht es hier super. Alle sind total glücklich, dass ich hier bin. Alle lieben mich ganz doll. Auch meine beiden etwas größeren Freunde. Rubi und die Ida. Da ist mein Bett hinter dem Blumentopf. Aber ich bin auch ganz gerne hier auf dem Kissen. Tschüss.